Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den Die Besten Stoffwindeln Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, seht ihr am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5, haben wir der Populini Komplett Set ohne Sietze Organik. Die Populini Organik Stoffwindeln sind den Reinbohrstoffwindeln sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist die Farbgebung, die Windeln des Biosets sind alle in Natur schönen gehalten. Ansonsten kann die Stoffwindel mit Druckknöpfen geschlossen und angepasst werden. Klettverschluss befestigt die passende Überhose für die Stoffwindel. Es ist in 4 Größen erhältlich, die beim Kauf angegeben werden können. Die im Set enthaltenen saugfähigen Einlagen halten den Nachwuchs die ganze Nacht über sicher. Um ihre Saugkraft vollständig zu entfalten, sollten sie einige Male gewaschen und getrocknet werden. Alle Materialien sind nach Ökotex Standards zertifiziert. Umzug auf Nummer 4, haben wir der Dissana Wickelstarter Sitz Stoffwindel Sitz. Die Stoffwindeln von Dissana scheinen eine Zeitreise zu sein. Stoffwindeln werden gewickelt und mit zwei geknoteten Trägern im leichtgeblichen Biobombolo gesichert. Dadurch sind sie sehr anpassungsfähig an jeden Körpertyp. Sie sind ab dem Moment ihrer Geburt sicher zu verwenden. Das Set besteht aus zwei Schafwollüberhosen in den Größen 62, 68 sowie 20 gehäkelten Windeln und ebenso vielen Molton-Einlagen. Ältere Kinder können die Überhose kaufen. Auch für einen aktiven Tag eignen sich Mikrofaser-Schlupfhosen. Wollreiniger und Windelflies sind ebenfalls enthalten. Der Wartungsaufwand ist ein Nachteil. Auf Platz 3, haben wir der Popolini Komplett Set ohne Sitzereinbob. Die Stoffwindeln von Popolini basieren auf einem mehrteiligen Hybridesichen. Im Lieferumfang sind neben den Windeln selbst eine Vielzahl von Einlagen enthalten. Auslaufschutz wird durch zwei Überhosen gewährleistet. Alle Materialien entsprechen dem Ökotex-Standard und bestehen aus Naturfasern. Die Windeln bestehen aus drei Lagen Baumwollfruttee und sind knallbund. Snaps werden verwendet, um sie zu schließen, und es gibt mehrere Reihen davon. Alles, was Sie brauchen, ist eine Größe, die Sie an das Alter und die Größe Ihres Kindes anpassen können. Für zusätzliche Saugfähigkeit können Renneneinsätze mit Druckknöpfen befestigt werden. Umzug auf Nummer 2, haben wir der Bambino Mio Mio Duo Windel Überhose. Die britische Bambino Mio Mio Solo Stoffwindel wurde mehrfach ausgezeichnet. Es ist ein allen ohne Modell mit einem fest vernähten Einsatz an einer Seite. Sie lässt sich mit zwei Handgriffen in eine Innentasche verwandeln und anschließend mit einer praktischen Schlaufe zum Waschen herausziehen. Die Stoffwindel trocknet so schneller. Die Stoffwindeln Bambino Mio sind ebenfalls für den Einsatz ab der Geburt bis zum Töpfchen-Tranning gedacht, allerdings auch für ältere Kinder nicht geeignet. Die Windel ist mit Klettverschluss geschlossen, jedoch kann die Größe mit Druckknöpfen verändert werden. Auch hier hat sich der Hersteller ein nettes Featuren einfallen lassen. Neben dem Verschluss gibt es einen Gegenklettverschluss, damit die Haken nicht an anderer Wäsche kleben bleiben. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Set aus 6 wiederverwendbaren Windeln. Miki Bumblis bringt mit diesen 6 wiederverwendbaren Windeln ein relativ bescheidenes Set auf den Markt, das sich aber auch hervorragend für späte Anfänge eignet. Die Stoffwindel besteht aus einem wasserdichten Material in Form einer Hose- und Bambusgewebe-Einsätzen. Die äußere Schicht ist in hellen Farben gehalten und mit kindgerechten Motiven versehen. Die Einsätze haben eine eigene Tasche, allerdings lässt die Velule der Innenschicht nur wenig Flüssigkeit durch. Wenn Sie die Einlage einfach locker in die Windel schieben, können Sie sicherer fahren. Nichts sollte aufgrund ihrer Größe verrutschen können. 4 Lagen Bambusfaser mit außergewöhnlichen Saugeigenschaften bilden die Einsätze. Um die Einlegesohlen vollständig zu entfalten, müssen sie 10 mal gereinigt werden. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.